Ich habe keinen Bock auf Würfelspiel, aber egal, ich hoffe, das funktioniert leicht. Ähm, was wollte ich jetzt? Ah ja, das liegt eigentlich am Blatter, das liegt am Limb. Prozessor von mir, beziehungsweise Arbeitsspeicher eher. Prozessor ist total paletti. Arbeitsspeicher nicht, weil ich 10.000 Sachen anhabe, zum Beispiel ICQ, da kann ich übrigens jeder adden. Wie meine ICQ-Nummer heißt, das weiß ja jeder. Wenn nicht, ist mir leid. Dass ihr es nicht wisst, aber die ist wirklich einfach. Oder ihr gebt einfach an der Suche was ein, aber egal. Nein, wir müssen hier hin und nachher das ist schon... Nein, böses Hündchen. Böses Hündchen. Böses Hündchen. Euch kann man nicht töten. Sonst wären die schon längst unsichtbar gewesen. Hä? Ach ja, ich war ja selbst noch überrascht, als ich... Ach ja, das hätte ich... Ach ja. Die kann man ja nicht töten, weil da, wo wir waren. Da kann man die nicht töten. Das weiß ich hundertprozentig. Warum hier Wasser ist? Wegen dem Feuer. Es ist eine Art Puzzle. Ja, Puzzle. Besser kann man es, glaube ich, gar nicht beschreiben. Es ist ein Puzzle. Man muss... Wie kann man das jagen? Halt die richtigen Tippen. Wenn man einen Falschtipp hat, hat man verloren. Und als erstes nehmen wir den. Hopp. 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 Lass mich sterben. Für was habe ich gespeichert? Es ist doch eher wie ein Puzzle-Memory. Memory-Puzzle. In einem ist es Meadikis. Juhu. In einem anderen Auslöser für eine engele Aktion. Im Raum. Oder so. Oder im anderen Raum. Oder wie auch immer. Und nachher kann ich euch sagen, wir spielen Würfelspiel. Hier sehen wir den da. Den da in der Mitte können wir nicht nehmen, weil... der ganze Zeit wrennt. Jetzt gehen. Ausnahmsweise. Weil da... das war Let's Play Tomb Raider. Das war Let's Play Tomb Raider. Sag ich einfach jetzt... Oder Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider. The Last Revolation. Chance 1 ist 0 Spieltipps. Let's fight. Es brennen. Brennen, brennen. Brennen, brennen. Der Brenne brennt. Bump. Und los. Das hat sich mir nicht gefallen. Nachher wird's noch schwerer. Tut mir leid. Was hab ich jetzt gemacht? Tür geöffnet? Hier unten geht's ja auch noch rein. Ach ja, da müssen wir... Ach. Was für ein Witzbund. Warte. Pfff. Okay. Mein Herr, muss ich dich mal dauerhaft anstrengen? Ach ja, verdammt. Ich wollte Lösungsbuch noch 2-4 mal holen. Hab ich aber vergessen. Was soll's. So, nachdem mein... Der brennt nicht. Der brennt auch nicht. Wenn der nicht mehr brennt, dann gehen wir da hin. Wenn... Wenn... Vertrauen geht überwacht. Rück. Stürz. Ich sag's ja... Puzzle. Memory ist das. Memory. Puzzle. So, jetzt ja. Hoffen wir mal, dass das richtig ist. Ich glaube, wir können hier weg. Abgesehen davon ist das Ding geworden. Ne, wir gehen hier weg. Juhu, ist... Unlogisch, aber egal. Ach das, deswegen ist hier auch wieder was. Nein. Ich hab mir nicht den Ausgang verbaut, oder? Ja, wenn ich im Wasser bin gerunkelt, ist das nicht mehr wie interessant. Wow. Bingo. Wie ich mich kenne, hab ich da nicht gespeichert. Weil sonst alles wieder... Ich wüsste nicht mehr, was was war. Ach, egal. Egal. Etwas gruselig, aber egal. Falscher Schrank. Puh. Hep. 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 Hep, bevor ich verbrenne, möglicherweise. Hm, 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 hm. Ich kann mir hier das hinterher im Video nochmal alles ansehen. Falls ich es nicht tue, schreibt es bitte unten hin. Von... ...in dieser Richtung aus. Danke. Nein! Du hast dich doch nicht verbrennen lassen, oder? Okay, hat sowieso nichts genutzt. Laden wir neu. Ich spart die Mühe. Du, 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 du. Hm, 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 hm. Aber recht fies. Ich sag ja, auf der anderen Seite, bei Wasser. Als wir gestorben sind, ne? Also nicht, das verbrennt gerade jetzt. Sondern davor. Davor der Tod. Falls wir mehrmals sterben können. Wir sind ja Lava Korf. Die stirbt ja nicht. Die fragt mich halt immer noch, wie hat sie das alles überlebt? Ups. Hör da. What? Deine Mitte brennt nicht mehr. Das heißt doch was Gutes. Oder nicht? Ja, das sehen wir doch gleich. Ist aber egal. Fertig. Okay. Ich singe, damit euch nicht langweilig wird. Lalalala. Lalalala. Zwei kann ich nicht gut singen, aber ist mir egal. Lalalala. Das war ein bisschen... Das ist fies. Game over. Wir haben's kapstanden. Kapstanden. Wir spielen schon über zwei Stunden. Welchen Parten der denn? Hä? Für das Gang braucht man mindestens 15 Stunden. Das ist das Minimum bei jedem Tomb Raider. Das Minimum steht bei 10 Stunden, aber egal. Okay, mindestens 10 Stunden für jedes Tomb Raider. Ich springe einfach zweimal zurück. Rennen. Fassen. Felddurchsprung. Rückwärtssprung. Da längs. Da längs. Spring, spring, spring. Hin. Spring. Nicht auf. Warum? Nicht auf.